Auf der ISS haben wir mittlerweile eine so gute Funkanbindung, dass wir von dort auch anrufen können. Ich mache das mit meinem Computer. Ich nehme dann meinen Kopfhörer und mein Mikrofon und dann wähle ich die Telefonnummer auf der Erde und dann wird das Funksignal runtergeschickt auf den Boden und kommt in Texas an, in Houston, dort bei NASA und von dort aus wird das in das Telefonnetz der ganzen Welt weitergeleitet. Das heißt, wenn bei euch vielleicht mal in Zukunft ein Anruf aus Texas kommt, dann könnte es sein, dass ich von der ISS anrufe. Bis zum nächsten Mal.